Herzlich Willkommen zu Let's Play Day Z Und wir spielen natürlich nicht allein, einmal mit dabei ist wieder der Tommy Weiß und hallo Und der Yannick Hallo Jo, der steht doch vor uns hier Wir sehen dich schon Ist back, ist back Und nicht wundern, der Sumac ist gerade AFK, der Sumac LP, der macht dann nächste Folge mit Weil er gerade essen muss und so und dann Erwartet eine Entschärnung Äh Quatsch, ein Elektro Wo seitdem 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 Okay, jetzt geht's bei mir endlich Hast du den Schirm gepostet? Oh, endlich soweit Ah, jetzt Ey lass mal die Klammlights mit dir, wenn die jetzt dann nachgehen Ich meine Maus, wo ist meine Maus? Da sind die seitdem Da sind die seitdem Ja, Tommy, wo bist du eigentlich gerade? Da ich ja vor der Aufnahme leider gestorben bin Vollequipped, wie manche aus einem anderen Video wissen Von äh... Bist du gerade? Da sind wir ja von Ciano und runtergelaufen Und äh... Jetzt bin ich gerade auf dem Weg Richtung, äh, Elektro Dauert eine Weile Ich bin heute warm wie neu, nur hab gar nichts und... Tja, jetzt muss ich halt laufen Wo ist das? Kann man eine Klemmleit nachnehmen irgendwie oder so? Hm... Ohne dass man die mit hat Huch, hier hab ich mich da nie reingebackt drauf Und die... Abtischreißen So, einfach über den Tisch klettern, sagen Wissen ja... Was hat das anlaufen? Oha, ey, bei mir backt grad diese... Warst du schon für die Verschätzung? Ja... Da war nix, die war schon gelootet Jetzt müssen wir aufpassen, weil... Gerade eben, dass die Tankstelle nicht zweimal explodiert Kann sein, dass das Zombie waren oder so, oder geht das nicht? Ne... Das können nur Menschen sein Ja... Dann lass mal ganz kurz hier spielen Ich geh mal kurz zu meiner Mutter sagen Lass meine Kinder nicht bringen, ne? Okay Der Yannick hatte nämlich auch was vor Und diesmal nicht die Bambis, okay Da haben sich ja einige beschwert Das darf ja... Man muss klar immer vorsichtig sein, aber Bambis... Die können ja nix berichten Wo wollen wir denn erzählen? Joa, Richtung Elektro würd ich sagen Weil da wartet der Zimmer Ja, ich bin dafür besuchen hier erstmal, weil mir kalt ist, sonst was frierig glaube ich Ja, dann looten wir noch kurz ein bisschen Ja, halt ne Jacke und so Glocken Boah, dass das so backen ist, ey Das ist echt nix Gar nix Ja, ist wahrscheinlich auch so Das heißt, ich musste mich neu ausrüsten Ich hab eigentlich gedacht, ich fang mal die neue Aufnahme an mit Dass ich voll equipt bin Wie bei der letzten Aufnahme, weil die Aufnahmen davor mit dem Dennis, wo bist du grade? Acker Dennis Hinter dir Äh, liefen ja leider nicht so gut, meiner Meinung nach Also für mich auf jeden Fall nicht Und Es ist jetzt wahrscheinlich wieder eine Lauf- und eine Loot-Folge Aber so ist das normal Wärmt der? Joa, klar Jetzt ist mir wieder kalt Wenn ihr Ideen habt, was man sonst noch so machen kann Schreibt es in die Kommentare Was für Challenges oder whatever man hier in DayZima bewältigen soll Genau Und sonst Ja, und was ich noch sagen, Leute, ich wollte mich dafür entschuldigen, dass die vier Bambys in der letzten Folge gekillt haben War natürlich irgendwie, ja keine Ahnung, scheiße Nein, da steht ein Zombie Dennis, kannst du mal was machen? Trummel Hier ist auch mal die Spieleliste Dass ihr wisst, wer hier dabei ist Glimbo Ja, genau, wir haben rein Da Yannick Und da Wir haben auch natürlich eine eigene Clan-Nabe Die HOG Abgekürzt für Heroes of Germany Genau Falls ihr uns mal trefft Ist sehr wer da Alles dazu Da kommen wahrscheinlich noch ein paar dazu Beziehungsweise Zwei sind dann noch dabei Der Yannick und der Simacapelle Ob da noch mehr zu kommen, das wird sich noch entscheiden Falls ihr uns mal trefft, könnt ihr uns ruhig ansprechen Wir sind friendly Hey, solange ihr friendly seid Manchmal Okay, jetzt hängt das grad Ah, ein bisschen gedesingt So, jetzt hab ich auch mal den Taser ausprobiert Der ist richtig nice So, ja, aber mir back schon wieder, ey Ich bring zu viel, ey So Da ist hier wieder explodiert Die Tankstelle Ja, hier sind zwei Häuser Aber ich bringe mich Wirklich was Da brauch ich doch nicht rein gehen Ah, hier hast du doch gar explodiert Ah, mein Freund Ey, toll Äh, äh Glitch ich bei dir grad immer am Boden, Dennis Äh 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 Ups, failed Äh, ja Du glitschst ganz schön rein Ich seh, ist mein Inventar einfach komplett leer Ich hab außer ne Taschenlappe, wow Von dem Wachsam auch übel Ey, da sind Feuerwehrstation, ne? Hm Ja, würd ich sagen, gehen wir da nochmal hin, ne? Joa, letzte Chance ne Waffe zu bekommen Und dann würd ich sagen, nach Elektronik Hm Äh Ey, es ist mir wieder kalt, ey, mir war grad warm Ich bin da kaputt, ey Und warum glitsch ich so überm Boden? Ist da kaputt? Och, da bin ich mal vom Weg abgekommen Da ist auch noch ein Mosi-Haus denn, ne? Ah, hier bin ich grad drin, also das halbe sag ich mal Ich laufe Mit Maschinenraum Wo, warum glitsch ich denn so was denn da als Sch- Oh, man ist so kacke Muss man natürlich aufpassen, wegen den anderen Spielern Hä? Wo? Bin auch grad ein bisschen geflitscht Ja, ich glaub das ist so was scheiße, also, ich weiß was ich meine Also, ich weiß was ich meine Ein bisschen, ja Ja, einfach hier rumlaufen Du 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 Jetzt so erzählen, ich x wirklich was Ey, was ist besser, das Telescoping Bacon? Oh, es ist mir wieder kalt, ey, Mann Oder das Püppel-Range-Starlo Uh, tu, 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 tu du tu, tu, duurt, u praf Die Haugräbs Du 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 Auge. die Anerkennung so ist das die Feuerwehrstation ja ich bin das ist etwas gehört ich werde auch nicht so viele Spiele auf dem Server da kommen wir noch brauche aber das sind ist noch ein anderer Plan er sieht TMP ich habe mich noch gar nicht angeschlossen und wo meine 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 Tiers Tiers Kuh dieses Jahr am Laufen hier kann ich deine Alte Jacke denn liegt in oben wird auf jeden Fall aufs nächste Update Update mit Doppel-P von 0.50 weil da soll es ja auch Verbesserung geben und noch neue Waffen etc und deshalb mal schauen was da so alles kommt genau wie da ja noch so ein bisschen mein PC ja noch dauert ist die Grafik jetzt nicht die allerbeste aber es wird jetzt nach und nach immer besser mit dem neuen PC da werden natürlich auch Livestreams folgen und so weiter und so fort das meiste habe ich auch schon in meinem Vlog erzählt die die das noch nicht gesehen haben schaut mal auf meinen Kanal vorbei bei den und zu einem wenn es mit mir im Tor es ist immer noch weiter die die Zustand ist die oder auch kaum aus dem Medikitt oder so. So ne? Hm, na. Hey, du liebst mir das noch völlig viele Bandagen, warum lebst du das mit? Hm, ich hatte keinen Platz jetzt. So. Was ist, was bringt das? Sind davon irgendwas oder soll ich nur die Bandagen mitnehmen? Hm, Bandagen denk ich reichen erstmal. Ja, ich werd die gleich wieder sterben. Kenn ich schon. Ja, auf dem Server wird's nacht. Da unten noch die komischen Lichteffekte hier. Sound-Effekte. So ne Mosin wär natürlich nicht schlecht, das war damaged, aber geil. Hier liegt ein Messer und ein Bier oder so. Komischen Militärhelme, ey. Ich komm jetzt von unten wieder hoch, Achtung, das bin ich jetzt. Ja, ich bin grad oben im Tower. Da, kam ich hoch. Wow. Ey, wir haben schon mal die Hälfte geschafft. Dennis, nimmst du das Messer mit? Hm, ja stimmt, ich hab jetzt Platz. Hey, kam Schufu. Was soll man hier so? Blitz. Boah, ich glitsche hier nur. Ich bin mehr... Ah! Boah, Alter, fast runtergeglitscht. Sarani, oder auch genannt Saratza. Nein, falsch. Äh, Sarani. Paradise, just a flight away. Oh, guck mal. Aha. Flight, flight. Aha. Die ist in der ersten Etage gleich. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Guck mal, hier gibt's sogar Plakate. Tommy, machst du grad Single? Yeah, let's play. Hier. Was? Wieso? Ja, ich erzähl zwischen Deutsch ein bisschen. Weil ich bin ja die ganze Zeit nur am Laufen. Das ist ja langweilig. Ja, Dennis, zeig mir mal, wo. Ich find die nicht. Und so. Ich hab mich noch mal ein bisschen. So, liegt jetzt bei dir die Jacke? Warte. Ah, ja. Okay. Boah, ey. Ich hab... Wenn ich kenne, ich liebe Daisy. Das war mir lieber. Ich hoffe, ich komm noch vor Falten Schluss in Elektro ein. Man, man hört sich grad hier in Daisy. Hm? Hm? Ja, ich hab noch raus und ich hab's gehört. Ich check, dass ich diese Jacke... Dazu sag ich immer. Egal, der Schwarm. Daje. Ey, liebe Zombie. Ey, liegt die Brechstange. Was? Soll ich das Teleskop im Becken mitnehmen oder die Brechstange? Oder du kannst auch das hier mitnehmen. Warte, hier, was auf dem Boden liegt. Das hab ich weggeschmissen. Die ist richtig nice. Du brauchst halt nur Batterien für, ne? Geht im Mittwoch um 7 Uhr. Aha. Da. Elektropack. 3 Kilometer. Oder wie es hier auch heißt. Obwohl, ich könnte eigentlich mal hier mal gucken, in der Halle. Dann würde ich sagen, ab nach Elektro erwartet er schon. Ja, es dauert ja noch. Ja, warte. Bist du mir eine Elektro-Range? Ja, ähm. Dann jetzt achten wir ein bisschen auf mich, weil ich nicht hier daherkomme, ne? Hm. Dann rollen wir die Tür auf. Oh, Schuhe. Oh, Schuhe. Wow, Schuhe. Äh. Äh. Ja, gar nichts. Ey, nix ist hier. Gar nichts. Ach, Mann. Wenn jetzt... Ach, da. Sekunde, Dennis. Eine Sekunde. Wir haben hier... Eine Jacke. Ein schwarzes Schild. Toll. Tier into Wax. Dann habe ich wenigstens Wax. Falls ich mich... Falls ich mich verletze. Oh, was zu essen? Ist. Badly Damage. Aber egal. Neu. Er wird wieder zurückgestuft. Ein bisschen. Neu. Jetzt kommst du wieder. Hä? Dann gehen wir hier mal wieder rein. Bin ich jetzt grad am Lauf von dir? Beziehungsweise raus. Ja, jetzt, jetzt. Jetzt bist du ja genau hinter mir. Ups. Wollen wir noch mal ne Schule gehen eben, oder? Da hinten ist nämlich schon... Na, wenn denn nur in diesen einen Raum, wo eine Waffe spawned. Elektro. Langsam ist so wirklich los und so. In dieser Folge soll ja schon mit ihm sein zu sein. Ja. Da ist unser Kronio wählen. Du wolltest ja keine Schule gehen. Du wirst ja keine Schule hier. Bürogebäude. Ja, kranken aus. Ja, kranken aus, ne? Ja, kranken aus, ne? Also kranken aus, kann aus sein, ne? Wo bist du? So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's. Immer den Punkt. Site cui. Du gehst vrahinde durch die Wände… Na, alles backen bei dir haben du dir. Mehr an die alles. Puls restaurieren. Ui… Ui. Da, 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 da. Wie gut läuft bei mir durch die Wände. Etchn牛… Ein komplelang sein. wird er noch ein Scherner seit jetzt in Elektro Neue noch immer noch Boah er nicht backt backt der denn hast du ihn vom Jungen gelegt? gut, ne, ja, ja, doch halb ich oh, ey, das backt bei mir grad so übel, so steht bei mir in den Wänden da hinten, doch da hinten das Elektro, ey, ich bin so langsam in der Nähe wenn du essen brauchst, oder so, sagst du Bescheid, ne? ich glaub sowieso, dass mein Stuff weg ist aber ich kann ja mal gucken, ob ich da noch etwas finde, weil dann kann man direkt in der nächsten Folge Action machen, sonst muss ich halt noch looten da wir ja alle nicht genügend Loot haben, muss ich mir selber was looten, sonst hätte ich mir was geborgt beziehungsweise mich equipen lassen, aber, oh, Fail funktioniert ja leider nicht mit dieser Firma, ne? ja, also auf dem Kragenhaus ist nix könnte das wieder runter und wird jetzt selber immer voller? ne, und geht nicht viel los na, jetzt seht ihr auch mal den Clan so wie ich was ich in der letzten Folge gemacht hab, war aber auch nicht so schilomäßig, ne? so, aber der Papa ist ja da in der Regel das ja, ich bin jetzt auf der Straße vor dem Kragenhaus oder so ja, ich bin jetzt auf der Straße vor dem Kragenhaus oder so hab sich ja voll gelohnt ja her, ich bin jetzt hier Pl fragrabend ist mit der scrunchen z44 Mann, würde ich sagen laufen wird Schloss hier Buschmensch もし, goshmensch Si Hallo Zombie, will meine Freunde sein? Nicht mich lang. Ui. 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 Guck mal hier so. Die Lampe, die ist nicht an. Nee. Weil es doch hell ist. Straßenpfeil. Aber am besten finde ich hier, dass hier eigentlich in keiner Nähe kein Straßenschild mehr ist. Nichts. Na da. Gut, dass man sich ein bisschen... Läuft da jemand? Nein, ich hab keine Lust. Nein, da ist ein Zombie. Dennis tut es nicht, bitte. Oh, die brauchen zwei Hits. Nicht schlecht. Aua. Jetzt kommt der Ensemble und jetzt legt das grad voll. Wo bist denn du jetzt? Ich seh bei mir gar nichts mehr gerade irgendwie. Bei mir hängt's gerade übelst. Ich bin bei den Schien da so. Ey, yo. Nein, der Zombie greift mich an. Ich bin da, wo du den ersten Zombie erledigt hast grad. Boah, wie das grad rumspackt. Mh. Bäh. Party selig. Jo. Irgendwie ist das bei mir immer so. Dann hängt der mal und dann kann ich die Zombie durch. Ah, ich bitte. Es ist durch sie eine rechte nur erst im Elektro der Schuss ist irgendwie gucken dass ich dann noch heil ankomme bevor ich sterbe wenn sich das überleben sind wir da was wann sind wir da wir brauchen 10 bis 15 Minuten schätze ich da kommt noch einer plus mein Watt 30 Minuten ich bin beträgt er mich er hat er zurückgesetzt mal was ist denn das ich sehe nicht nachdem er mal zurückgesetzt wurde kannst du mir grad mal sagen wo du bist vor der Scheune auf der Straße n oder ist der Leuchtturm oder darf ich nicht hin oder hinten nein ich guck gerade ob ich hier bin bin jetzt gerade in der Scheune ja das ist schon Zeit nein ok hey hier liegt das ja was hinter dir denn ein Spieler oder ein Zombie ich bin ich bin oh nein ich wurde getroffen oh mein Gott oh mein Gott er wird sterben er wird sterben nein 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 er ist tot mein Erlebnis ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da ich glaube ich sterbe ich habe die Straße einfach ich muss nicht in der Straße Böse überlegt. Auf im Kreis. Oh, da ist noch ein Zombie. Nein, das hängt. Wer ist vor mir? Scheiße. Hä? Ich finde, war gut. I like that. Fuck, get these ain't. Oh, Zombie is down. Jetzt einfach die Straßenklang. Welche Richtung? Äh, rechts. Ja, bitte, nein. Was soll das? Oh. Oh, man. Und? Guck, guck, das ist darum, warum ich ungerne gerade so Zeit den Sie spiele, weil das nur bei mir immer rumlägt und ich immer so schnell sterbe. Und wiederhol ihn zurück mit denen. Wie soll ich das denn? Ich bin in der Lektro angekommen und bin gestorben. Nice, nice. Oh Gott. Ich bin vor dir, oder Dennis? Genau das ist der Grund, warum ich... Ich wiederhole mich, ja, ich weiß, aber ich bin auch gerade ein bisschen genervt. Und da ist sowieso... Ey, was ist das denn, bitte? Ey, mach mal Aufnahme, Pause bitte und lass selber reichs nicht. Nee. Das ist echt... Nervig grad. Na gut, dann machen wir das. Eins muss ich noch loswerden, weil die Folge erscheint ja kurz bevor das rauskommt. Ähm, ja, für alle Simulatorenfreaks... Ich werde, denke ich mal, den Landwirtschafts-Simulator 2015 let's playen, ne? Also... Wer darauf Bock hat... Ne, wisst ihr Bescheid und so. Ab dem 30. Oktober... Du wird das let's playen. Dennis, wo bist du? Ich werde gerade so zurückgesetzt. Wenn ich nach vorne gehe, werde ich zurückgesetzt. Warte da. Lass mal da, wo du jetzt nicht ausläutern bist. An einem Servergang. So, ich denke mir da, weil es sowieso nix bringt, werde ich meine Aufnahmen hier beenden. Und dann schaut ihr einfach mal die Folge beim... ...guten Tribblemate-LP vorbei und es werden weitere, der sich folgen kommen. Aber wahrscheinlich nicht aus meiner Sicht, nur mit... ...da, wo ich dabei bin. Vor allem Commander... ...LPR... ...mein Tribblemate-LP. Und dann... Ciao. Jo, bis dann, ciao.